Nächster Halt, 125. Straße Achtung! Auf der Hale kommt es zu Stürungen im Betriebsablauf. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, der Rivalregistrierst... Dank, Herr Kleiner. Das ist so cool. Ich mach das. Hey, danke. Kein Problem. Hey, malen Sie den neuen Spiderman auch noch? Der Kleine? Ja, vielleicht. Das Original sagt, mir mehr zu, okay? Klar. Hey, ist Theos Bodega hier in der Gegend? Ja, das gelbe Schild den Block runter. Nicht zu verfehlen. Danke. Tolle Arbeit übrigens. Aber lassen Sie etwas Platz für den neuen. Man weiß ja nie. Der Konvoi. Whoo-hoo-hoo! Dann los! Hey, Pete, ich bin gleich da. Hab ich den Konvoi verpasst? Noch nicht. Ein paar Häftlinge fehlen noch. Fühlt sich bestimmt gut an, die Ausbrecher vom letzten Jahr wieder ins Raft wandern zu sehen. Wirklich gut. Das Raft sieht schlimm aus, aber sicher ist es. Solange sie wenigstens die Oktopus-Löcher gestopft haben. Hoffentlich. Okay, ich komm näher. Bin gleich da. Ich sag Mom, dass ich später komme. Malz, que tal? Hast du meine Einkaufsliste? Hey, Mom. Ja, aber in der Bodega gab es keine Kokosnussmilch. Ich schau doch mal woanders. Wo dann gehört? Und geh nicht nach Midtown. Dieser Gefängniskonvoi sorgt dafür ein Verkehrschaos. Oh, ja. Gute Idee. Bis später, Mom. Mann, wie schafft das Pete mit seiner Geheimidentität? Ich mach das total fertig. Was ist das? Ich hab's gefordert. Ich hab's gefordert. Ich hab's gefordert. Ich hab's gefordert. Verabschiede es für Sie. Okay, bleib cool, bleib cool, du hilfst Spiderman einen Gefängniskonvoi zu schützen. Du schaffst das, einatmen, ausatmen, bleib cool. Pete, bist du hier? Ich brauch noch etwas Treibstoff. Wie kannst du so trinken? Ganz, ganz vorsichtig. Okay, los geht's. S2 unterwegs mit schwerer Ladung. Verstanden, Helix 2, wir haben sie erfasst. Das ist eine große Sache. Muss es auch sein. Hunderte sind letztes Jahr aus dem Raft entkommen. Es wird Zeit, sie zurückzubringen. Die Polizei geht kein Risiko ein. Besonders nicht mit unserem Ehrengast. Wir haben mit Störungen zu kämpfen. Ist einer von Dog Ocks Helfern da drin? Glaub schon. Vielleicht Vulture, vielleicht Skorpion, Vielleicht jemand Größeres? Okay, wir haben ein Problem. Warte mal, lass mich! Ich schaff das, Pete, keine Sorgen. Neul's nicht! Ja. Das ist sicher! Sie drücken ab Helix 2. Das Gewicht zieht mich mit. Torregier noch weiter und weg. Lass uns. Uta reagiert nicht. Achtung, gleich knallt's! Helix 2-Stupfs-Laden. Helix 2-Stupfs-Laden. Achtung, Achtung, Achtung! Helix 2 ist unten. Keine Verletzten. Ladung ist beschädigt. Einsatzteam kommt. Durchhalten Helix 2. Pete, tut mir leid, Mann. Das wollte ich. Ist okay. Wir schaffen das. Wir müssen das nur im Griff haben. Bevor das passiert. Hallo, ihr kleine Spinnen. Miles, ich nehm Rhino. Aber du musst die Ausbrecher aufhalten. Okay, aufhalten. Mach ich. Bist du lebensmüde? Wer kann ich dir helfen? Pete wird mir nie wieder eine solche Mission anvertrauen. Das mit dem Helix war super kleiner. Eine echte Hildentat. Hey, Leute. Wie wär's, wenn wir uns zusammensetzen und reden? Bitte? Nein? Geht! Nein. Na los, es geht los. Wie läuft's da draußen? Ja. 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 Ich hab fast alle. Ja. 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 Ich hatte fast alle. Was ist das auch bei dir? Ich muss Pete helfen. Ich muss die Kontrolle zurückerlangen. Oh, toller Wurf. Machst du Sport? Ja. Stopp. Du bist in Topform. Echt. Auf dich wartet, wie groß die Karriere ist. Schlag die Gegners macht die Straße zu weitermen. Ganz ehrlich? Irgendwer trefft. Weihnachten in New York. Ich liebe es. So nah war ich noch nie an dem großen Strand. Ich bin echt irre. Das war das Kunstwerk. Wirklich? So wird sie's nicht sagen. Alexei! Nichts nach 1915. Das ist super. Meins ist... Das ist super. Einfach wow. Wo kannst du? Wohin Spider-Man? Ich hab die Schlüssel weg hier. Ach, wir müssen zurück hier. Miles, ich brauche Hilfe hier oben. Hast du das? Meine Fischbankstimmung ist dieses Jahr ein bisschen drüber, Alexei. Mann! Du, Pete, ich komme. Das ist nicht gut. Oh, hey, sorry, Frohe Heiertage! Äh, Pete? Skala von 1 bis 10. Wie sind wir? 10 für die spektakuläre Show, 1 für die Tragenbegrenzung. Die Schlagzeile des Jugemontens wird der Hammer. Wenn der Schlimmste eine miese Schlagzeile ist, haben wir Glück. Oh, Mist, Mist! Das Winter fett! Pete, ich krieg langsam ein übles Gefühl, Mann! Denk nicht sowas! Wir werden aufreißen! Wenn wir zusammenarbeiten! Wo wir gerade dabei sind, hilf mir doch mal! Ja! Ja, ich helf dir! Okay, Pete, ich mach das! Ich mach das mal los! Oh, 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 warte! Nicht stimmig! Festhalten, kleine Spinne! Spider-Man, hey, Pete! Ich brüße Hilfe! Oh, hey! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Sofort! Ah! Hab dich! Du bist sicher! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! So viel, die Gart! Ich störe mich vor, oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Fliegenfischen öffnen an der Molder! Das klingt nett! Die Macht über Leben und Tod erregt mich! Nicht so nett! Hab dich! Danke! Gern geschehen! Weg von Babys! Hey! Du weißt, dass du Weihnachten ruinierst, oder? Die letzten sechs Weihnachten saß ich hinter dicken Stahlmauern! Dieses Jahr will ich Spaß haben! Er ist eine Plage! So lasch! Er ist eine lahme Plage! So simpel! Vielleicht! Er ist eine schwachkopfige... Hey, Jonas, siehst gut aus! Sehr feste! Plage! Eine schwache, tückische, irre Plage! Genau hier! Miro, wo ist das? Es ist schon spät! Hey, Mom! Ja, Kokosmelch! Danach suche ich immer noch! Ist ein echtes... Abenteuer! Was ist? Kennst du? Ja, tut mir leid! Ich will die Bahn noch kriegen! Mira, mijo, blüht mich nicht an! Hol die Mädchen, komm nach Hause, bitte! Sima, te quiero mucho! Habt mich auf! Jetzt oder niemals! Wir müssen nicht stoppen! Wir müssen ihn erledigen! Wir müssen ihn erledigen! Schnell! Ja! Wie machen wir das? Drehen wir die Heizung auf! Schlecht! Schlecht! Ganz schlecht! Pies, bist du okay? Nein! Nein! Nein, 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 nein! Alles klar! Ich hab ihn! Bin gleich da! Nach dich bereit! Okay. Ja. Gib mir... ...ne Minute! ...ne Minute! Ja, kleiner Töpfel an die Polizei! Aber am nächsten Konvoi nicht mit Panzerfäusten auflaufen! Wie leist du? Am besten nirgendwo! Das ist schon alles anerzählend! Okay, das ist wirklich gut! Verschwinde, Spider-Man! Du machst alles noch schlimmer! Mann! Ich will euch doch helfen! Halt! Stopp! Feuert immer auf die Plattform! Oben geht noch mehr! Halt nicht fließt, Spider-Man! Das ist eine Liga! Pete, hier kaufen wir es brenzlich! Schießerei zwischen Polizei und Ausbrechern! Hilfe der Polizei! Ich halte sie hier! Na, röss was aus! Pete zählt auf mich! Ich muss die Kerle aufhalten! Wir sind überall auf der Brücke! Okay! Ich muss nur... Ich muss nur rufen! Pete darf nicht verlieren! Er verliert nie! Er ist auf, wenn du nicht mehr atmest! Er verliert! Ach, wie ist das? Pete? Pete! Halt durch! Mann, halt durch! Pete braucht mich! Spider-Man! Alles klar? Peter? Pete! 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 Wach auf! Wach auf, Mann! Wach auf, Mann! Dieser Spider-Man ist kaputt. Ich möchte ihn gerne umtauschen. Der ist doch gut. Magids, verschwinde hier! Mann! Hau! Endlich! Was war das? Was war das? Mit Elektrozyten? Oder eine Art Feldinduktion? Du überlebst und dein Menzo erstirbt. Wer hätte das gedacht? Du verwendest Wörter, die länger sind als Krach und Boom! Wer hätte das gedacht? Du lässt niemand mehr herumschauen, Alexei! Wer hatte das? Wurde! Wer hat das? Er ist doch mein Paar. Rundfader! Ihr geht noch! Du hast die halbe Stadt zerschlürft! Ist dir das egal? Und in Zukunft sind's neuere Zeit lang! Keine Ausbrüche mehr! Bitte! Zu anstrengend für dich, Spinner! Wir enttäuschen! Du hast heute vielen Neuten wehgetan, Alexi! Weißt du, Mann? Wenn ich gegen dich antrete, dann ist das weh! Wie heißt das noch? Tontaubenschießen! Taubenschießen? Nein! Nein! Ich hasse Taubenschießen! Hey! Ist das Reft wirklich so übel? Bist du ganz sicher, dass du wirklich nicht wieder zurück willst? Nein! Weh! 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 Lebst du noch? So halb! Lebst du noch? Jungs! Wow! Echt! Wow! Simon Krieger, Leiter der Forschung bei Roxxon Energy. Ist mir ein Vergnügen. Gleichfalls. Ah, sorry. Unser Ball ist in Ihrem Hof gelandet. Nein! Das kommt uns ganz recht. Wir haben das hier gerade gekauft und wollten es sowieso abreißen. Aber ihr seid uns zuvor gekommen. Also vielen Dank. Euch beiden. Rhino ausschalten? Alleine? Du wirst es noch weit bringen. Danke. Aber er ist noch gefährlich. Nein, wir übergeben ihn der Polizei. Wisst ihr, ich dachte, unsere Jungs seien zu viel des Guten. Aber dann passiert sowas hier. Oh, die Pflicht ruft. Hey, es war toll, euch kennenzulernen. Eine strahlende Zukunft. Hallo? Er hat recht. Verschwinden wir. Und überlassen das der Polizei. Also. Ja. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Mio-Elektrizität. Wow. Ich muss zugeben, ich bin neidisch. Hey, Mann. Ich bin längst nicht wie das Original. Also testen wir das morgen? Mal die Spannung messen? Oh, Mann. Ja, sorry. Ich wollte es dir längst sagen. Ich bin erstmal nicht da. Die nächsten paar Wochen. Ist das einer von deinen Witzen? Nein, MJ ist für den Bugle im Ausland. Und will mich als ihren Fotografen. Es wird eine Art Arbeitsurlaub für uns. Oh, Mann. Hey, ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffe. Heute habe ich echt Mist gebaut mit dem Helikopter. Aber dann hast du abgeliefert. Du warst meine Rettung, Miles. Ich hatte Glück. Hey, ich habe das acht Jahre ohne Backup gemacht. Und du kannst mir glauben, ich habe viel Mist gebaut. Aber so lernt man. Was ist das? Weihnachtsgeschenk. Aber zuerst legst du den Eid ab. Oh. Äh, okay. Ich schwöre, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um die Stadt zu schützen. Ich schwöre. Das war's. Ist das ein echter Eid? Natürlich. Sowas denke ich mir doch nicht aus. Dann bist du nicht, Spider-Man. New Yorks einziger Spider-Man. Ich bin New Yorks einziger Spider-Man. Ich bin New Yorks einziger Spider-Man. Bitte versau das nicht.